Yo Leute, ich bin's wieder mit euch, MonsterBand07, das ist ein neuer Clip mit meinem Freund Jannis. Sag mal hi. Hallo, ich bin nervt. Heute machen wir den Death Run von Montana Black und Steel Beam. Ey, dieser Lauf, dieser Lauf, der geht noch. Dieser Lauf, der geht noch. Aber die Blöcke, die sind ehrenlos. Ich schaff das nie. Warte, ich mach jetzt, folgt mir. Das war's dann mal wieder komplett. Ey, Leute, ich muss mich konzentrieren, deswegen. Pssst, Mund zu. Alipso! Ja! Nein, ich spring nicht! Kannst du dich nicht springen, Mark, wenn es einfach nicht direkt springt? Ja. Hatte ich gerade. Ehre. Bin so bei, so noch zwei Blöcke so. Was ist jetzt diese Ehre? Guck! Das fass ich! MonsterBand07, leg dich nicht auf. 07, Digga! Nö, egal. Hä? Ey, sie löst aus, ich glaub, du ich. Aber wo ist es aus? Okay, ich muss mich abreden. Ja, ich muss mich abreden. Ja, Digga, deswegen hätten wir ja auch, ähm, andere Teams noch machen sollen. Da konnte man wenigstens drauf knüppeln. Knüppeln möchte ich aber nicht. Digga, wir sind seit 2.5. Ich bin nicht mehr dran, ich bin trotzdem. Ach, du da musst. Ja, warte auf mich, warte auf mich! Ja! 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 Ehre! Karma! Karma! Ja! Das eine Mal springt dafür kurz, das andere Mal zu weit! Okay, Leute, ich darf mich nicht aufregen, sonst kassier ich noch mehr Karma. First try! First try! First try! Ich darf defa hinterher mal. Musst du mir direkt hinterm Arsch stehen? Ich hab' da immer drauf. Junge, Alter! Ich weiß, wo du wohnst. Hatte dir wer gesagt? Ey, du hast mal gesagt, dass du in der Nähe von Gordon oder Lukas wohnen. Hm, in der Nähe von Lukas. Oh, ich steh' nicht hinter mir! Ab und auf! Tuck, tuck! Ich hatte das einmal geschafft! Nein! Nein! Die letzten zwei Blöcke! Eherum! Aua, aua, aua! Fuh, fu, fu! Tief durchatmen! First try! Easy! Let's do this! Ah, ja! Perfekt! First try! Ersten beiden Fallen sterben! Nein! Ich hab' fast first try geschafft! Nur, der löst nicht aus! Der letzte löst eigentlich aus! Okay, Leute! First try! Auf meinen Nacken saß! Junge, Alter! Lul, wie hat's grad sich ausgelöst! Lul, wie hat's grad sich ausgelöst? Lul, wie hat das grad sich ausgelöst? Lul, wie hat's grad sich ausgelöst? Hähä! Ah, First Try, Leute! Easy geschafft, ne? Äh, kein Nackenklatzer, nein, nur nicht! Ich hab First Try... Mann! Das aber mal auf meinen Nacken. Soll ich mein Mikro daran halten, oder was? Ja... Man riecht die so ASMR-mäßig so kraulen. Ja! Oh, ja! Ey, Leute, wartet! Ich komme sofort! Ich hoffe, ich hatte das ASMR-mäßig mal. Halt mal dein Maul! Das klang grad wie so'n Furz. Ha, 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 ha! Joels, ich fack easy, ey! Easy First Try! Easy not First Try! Ich glaube, ey, wenn ich das First Try schaffe, dann jeder disliket. Dann jeder disliket, okay? Wenn ich diese Blöcke jetzt First Try schaffe, dann jeder... Jeder disliket, wenn ich schaffe! Ja, okay, gibt jeder ein Like! Ich hab's aus Versehen kapattt! Nicht geschafft! Hehehehe! Ich muss mal gleich mal deinen YouTube-Kanal gucken, ob's denn wirklich geht. Was denn? Wie viele Zuschauer du hast? Wie viele Abonnenten? 111. 111. 111, auch nicht 131, du hast deine 131er. Hey, Junge, Alter. Leute, erzähl deinem Freund von meinem Kanal, dann kriegen wir 131er. 131er, wir nennen unsere 31er hier dreißen. Meine Hausnummer ist 31, aber okay. 31er! Ne, mein Hausnummer ist 31er. Oh, an der Pelle! Lass uns drehen! Hehehehe! Kamera kapiert! Aber ich bin nicht gekommen. Soll ich warten? Ja, ich meine, ich hab Kamera kapiert. Soll ich warten? Da steht aber gleich eh's-Mail-Bikardi. Hat aufgegeben. Wann weißt du das? Du kannst es nicht wissen, vielleicht schaff ich es ja auch. Ja, okay, probier. Komm! Ansage, du schaffst es nicht, du kannst es zum dritten Block. Ansage, ich schaff es nicht, ich bin durch. Nein, diese Behinderung, das ist ein Deckenfall. Ich konnte nicht bremsen. Und welcher Block bist du gekommen? Ich bin, weißt du wohin gekommen, schon in den Raum. Ja, eh rum. Ich bin in den Raum gekommen. Nur, weißt du was? Ich konnte nicht auf die andere Seite ziehen. Bruder, gestern war ich noch beim ersten Titel. Ich wollte dir der dritte. Ja, okay, schaff. Der mittlere Block ist so ein Arschloch. Manni, kriegst du sogar noch auf meinen Nacken. Ich schaff sogar noch. Easy. Denkst du, ich schaff es wieder nicht? An alle Abonnenten von Kai-Josef, alle sehr so gut, damit wir auf die Klatte 31 kommen. Warum? Also wir sind ein 30er, kein 131er. Warum bin ich ein 30er? Du hast auch auf Weihnachten gemacht. Nein, ich will nicht laufen. Vielleicht habe ich ja gerade gehört, dass ich mich auf einen Stuhl geschlagen habe. Oh! Letzter Block! Was ist das für eine Logik? Eine Falle löst aus, die andere nicht. Logik! Wo? Nirgendwo. Das ist eher auf meinen Nacken. Ah! Oh nein! Ah! Headshot! Oh mein Gott! Warte auf mich! Bitte! 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 Ich bin gerade an diesen Rand gekommen und dann bin ich fast runtergefallen. Wer macht Loser denn? Nein! Guck, seht ihr das? Lös! Bitte! Boah! Hei-jaaaah! Uh-phe-huh-huh-huh-huh-h-hh-huh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Ich hab dich ab! Leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Aaaaaaaah! D-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-dde-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de! Kein Bock mehr! Really? Hör auf! Hör auf damit! EIN-MAL NOCH UND DU KASSIERST KAMA! Witten wie fach ich da! hast du gerade von Karma geredet ja du kassierst jetzt Karma heidigerei du Nigga ich werde dich beschwören dass du Karma bekommen wirst du Nigga heidigere mir du da hurra du wirst Karma kassieren tja instant Karma wo steht mein Vitali hat aufgebildet woher weißt du dass es das steht du kannst es nicht wissen ich kann es auch schaffen warte ich möchte nur meine Freunde ja guck ich frag's doch aber du spielst was wirst du wer hat dein Maul Junge ich hab ich kann nicht verführen ich schwitte gleich diese scheiße was was einfach so ein Eisbuck runter werfen ich bin ja ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht Alter ich dachte schon die hat auch oh Bruder haa Bruder haa das rät so hart auf dieses game BORREC löst doch OOOOOOOOH Digger hat hat Monte das extra so gemacht oder Steel die es zielt allen den freunden du kriegst der youtube strike weiß warum vielleicht haben wir ein patent auf die messe aufgelegt ich kann lasst mich doch gehen wir fast weggefallen er war genau er kann ich erstmal raus Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Da ist's auch? Die eine Falle ist echt ein Arken, die löst einfach nicht aus! Erox Aaaaaahhhh Du bist ein... Mh Brauchst du nicht ein Hund? Ja, ein Hund Ein Hund Buh Korbi! Ewan! Kenobi! Kopfsalat! Alter! Warte auf mich! Warte auf mich! Ah, ich hab mich verschluckt! Ich glaube, du musst hier so viele rausschneiden. Dieser ganze Versuch hier musst du alle rausschneiden. Eh! Lass mal! Du bist so ne richtige Vaseline! Weißt du das? Was heißt denn das? Keine Ahnung, aber du bist es! Weil ich Lux bin oder was? Ehre! 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 Hättest du mich jetzt geschlagen, ne? Geh weg von mir! Geh auf mich! Ich hasse dich, wie er sich extra hinter mich stellt! So, jetzt gehst du vor, Alter! Jetzt stell ich mich hinter dich! Komm her! Ha! Das hab ich extra gemacht! Ich weiß nicht, du musst so vieles rausschneiden. Du müsstest mal so ein extra Video machen. Best of Ausraster auf Mortal Slap! Ja! Der könnte auch reinkommen! Ich habe während dem Gameburg mehr! Ja! Löse aus! Falle jetzt! Die Bischofsdumpen muss kommen! Löse aus! Mann! Nein! Gewick! Er steht so vor mir, ne? Ich steck zum Ohn! Bitte störe mich jetzt nicht! Hallo! Du kannst dich hier reinpacken! Du kannst dich hier reinpacken! Wies! Achso! Loll! Wer geht als erstes? Du! Okay! Guck mal! Das ist gut, wenn du mal aufs Klo bist! Einfach hierhin stellen! Jeeey! Jeeey! Numi-Numi-Numi-Numi! Ein! Zwei! Drei! Es kommt die Polizei! 3! 4! Fünf! Ich kacke in den Strömts! Was? Ich verkackd beim ersten Block! Ich verkack beim ersten Block! Kackd in den... Nein!! echt! Was transactiert was?! pielt! Ja, machst du doch immer, hä? Erzähl mal, was du immer mit Nukes machst. Halt den Maul. Hä, sollen das keine 100 Leute wissen? Neee! Uwega! Uwega! Nein, ich hab kein Eis bekommen! Ich hab kein Eis bekommen! Ja, Dicke, ich hab einfach kein Eis, Ehre! Ehre, dass du direkt von meiner Nase wegstealst! Ehre, dass du jetzt auch stirbst! Ehre! Ich will ein bisschen weiter nach hinten gehen, was passiert? Ich rutsch vollkommen runter! Stell dich einmal hinter mich! Und du verreckst! Verpiss dich! Verpiss dich! Der Reck kam er! Ha! Du weißt schon, dass ich jetzt, weil ich gestorben bin, wieder hinter dir bin, ne? Ach nee, Mann! Gar kein Bock! So, jetzt reicht mir, jetzt reiht mir, jetzt gehst du vor! Es reicht mir, es reicht mir! Ich bleib hier! Ich bleib hier stehen! Ja! Ja! Kein Bock mehr! Ernsthaft! Geh! Ja, war ich doch! Ich warte! Und ich warte! Und ich warte! Und ich warte! Hahahaha! Hä, die hat mir gar nicht gar keine ausgelöst! Warum? Warum sterbe ich denn dann? Komm! Was wird dann? Er kriegt Karma! Er kriegt Karma! Oh! Oh! Wie! Ich bin doch schnell durchgelaufen! Du Schrein! Bleib da, Junge! Okay! Du Elender! Wenn du mich jetzt davor abhältst, ne? Ah! Falle, löst dich aus! Ah! Ich hab meinen Bein weh getan! Er wirft wieder Eisbuchs! Ja! Weißt du, was ist der? Ich werfe und die Spitze geht hier hin und ab! Ich spraye mal hier so ein bisschen hin, ne? Oh, Junge! Lenk mich nicht ab! BITTE! Ey, man kann hier sogar hin sprayen! Ey, war mega geil! Ach, ich hasse dich! Warte mal, ich muss den... Einen Chase wieder richtig machen! So, Leute! Jetzt first try! Na, das war hier in top! Verpiss dich! Komm mal hier! Was ist da? Hey! Ja, cool! Hier! Das bist du! Ich hab's nicht gesehen, jetzt bist du ein Besuch! Eeeer! Nein! Wo kann man jetzt mal stehen? Du musst einfach stehen bleiben! Ja, da ist ein Platz, wo du stehst! Und dann die... Die Eis-Teile... Und ich probier's bereits! Ach, ich lüge nicht! Aber Kastikama! Nee! Karma, weil du gelogen hast! Und jetzt hab ich first try! Karma! Not! Nein! Das Bett! Das ist du, Bett! Ja! Nein! Kein Fuch! Ich hasse dich! Mich? Ich hab nicht mal was gemacht! Ich hab gesagt, die Map, du Fisch! Ich hasse diesen... Oder wie er hinter mir geiert! Was für Junge! Ich hab' nicht laut genug gehört! Ich hab' nicht laut genug gehört! Das hab' ich gesagt! Ja! Ich warte auf dich! Ich warte auf dich! Digga! Wie viel musst du hier eigentlich rauskacken? Wir sind jetzt mittlerweile in ne dreiviertel Stunde hier an dieser Scheiße! Ich katze nichts raus! Kein Bock! Hauptsache Werbung! Viele reintun! Ich muss rauskacken! Ja! Ich hab' Scherf-Vactory immer noch nicht! Ich muss das immer noch dingsten! Du wirst ja nicht mal, ähm, Zuschauer! Wie sollst du denn noch schneiden? Ich bin ein kleiner Montana! Ich bin ein kleiner Montana! Du bist ein kleines hässliches Kind! Ich bin ein kleiner Montana! Du bist fett und hässlich! Entweder bin ich blind auf beiden Augen und einfach nur blöd! Wie geben die mir nen Headshot! Ich guck mir das gleich nochmal an, Alter! Es schreit mir! Die können mir keinen Headshot verpassen, wenn die nicht... Was ist das so gelöst? Ich mach' achtmal gefühlt! Ich bin mir so achtmal auf... Neugierig! Unüggierig! Das ist so. Das ist nicht mehr witzig! Aber ich muss trotzdem lauren, weil das einfach nur bescheuert ist! Da beleidig, was machst du denn? Ich verlasse diese Mütze als Spiel. Ein anderes Spiel kann Lock mal auf Fortnite, mein Schatz. Warte wenigstens auf mich. Die Luft und so wird es ein Scheiße Eisbruch. noch einmal oder zweimal oder dreimal ich verwarte nicht krass aus ich stecke mir das mikro jetzt in mein mund rein ich stecke mir das mikro jetzt in mein mund rein und spiel so kein bock mehr auf dich ja hast du davon kannst nicht ich habe jetzt ich habe gerade verlassen aber jetzt komme ich wieder rollen mann kommt noch nicht rein war doch das ganze vermasselt garbe garbe du bist eine garbe du 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 jetzt erzähl mal den zuschauer was du mit lux gemacht hast nichts gehen um ein level saß und du leckst bei mir du leckst bei mir weißt du noch der eine engländer ja dazu sage ich jetzt mal nichts ich bin ein luchs ich bin ein luchs ich bin ein luchs und ich bin ein luchs von du nein Nein! Mann! Alter! Rainsquid! 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 Kein Bock mehr auf dieses Game! Rainsquid! 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 Ah! Hi! Och! Ich versteh dieses Game nicht! Lass gleich nochmal los spielen! Ich mach das jetzt... Ich mach das jetzt noch 3 und 6 Minuten lang, Alter! Bis ich beim ersten Checkpoint bin! Wenigstens der Erste! Wenn ich jetzt bis zum Ersten komme, ne? Ah! Bis zum Ersten! Erster Block verkauft! Weil diese scheiß Abstände zu behindert für die Welt sind! Ich weiß nicht, ich Rage Quill zugleich! Guck mal, ich hab heute sowieso noch... Ich mach jetzt den Trick von meinem Freund! Ui! Ui! Dort! Das ist mein Trick! Dicka, das ist... Das ist dein Trick! Was ist für dein Trick? Ja, den hab ich heute probiert, aber er hat nicht geklappt! Weißt du, du machst... Du machst jetzt so mein Trick, ne? Fast mein Trick! Fast mein Trick! Ich ducke mich! Ich mach so! Warum musst du hinter mir stehen? Ich hasse den! Damit du stirbst! Halt dein Maul! Halt einfach dein Maul! Halt einfach dein Maul! Du gehst jetzt vor, Alter! Es reicht mir! Es ist so lustig! Ich schwör... Los! Ja, Digger! Ey, du bist nicht mein Kollege! Ich glaub, es ist so lustig! Ach, Alter! Ich hab' geschaut! Ah! Hattest du das grad gesehen? Oh mein Gott! Oh, so meine kleinen Barschkipps! Ich bekomme zu einem neuen Video... Ich hab' noch nicht gesehen! Ich hab' noch nicht gesehen! Was ist denn? Ach! Ah! Hör doch auf! Mach doch, ich kenne! Warte mal! Mach' einen Knobmer weg! Mach' den Knobmer weg! Ey! Ey! Bitte drück mir die Daumen, dass ich jetzt hab' ok? Ich verlass' jetzt das... Ey! Bitte drück mir die Daumen! Bitte drück mir die Daumen! Nee, Tara! Drückst du mir die Daumen? Oh, mach' jetzt! Ehre! Warte! Jetzt du das! Bei den letzten drei Blocks! Du hast deinen zweiten Daumen nicht gedrückt! Tschüss, ich hab' verlassen! Hast du nicht! Hast du nicht! Jetzt hast du verlassen! Leute, wenn ich diese... Wenn ich jetzt... Bis zum ersten... Bis zum ersten Checkpoint... Ähm... Dingse... Hoffe ich, dass ihr einen Like auf dieses Video gebt! Das ist... Dass man nicht so liken würde! Oh! Nicht dieses! Ich will... Leute, 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 Leute! Ich mach' bis 37! Und wenn ich das... Bis zum ersten Checkpoint schaffe... Hoffe ich, dass ihr einen Like auf meinem Video gebt! So schlecht hat man! Weißt du was? Tschüss! Tschüss!